Husarenaffen unterscheiden sich deutlich von anderen Meerkatzen. Ihr eigentlicher Lebensraum ist die Steppe, über die sie mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde flüchten können. Sie sind die schnellsten Primaten der Welt. Durch lange Gliedmaßen und kurze Hände und Füße sind sie hervorragend an das Leben auf dem Boden angepasst. Nur nachts sucht jeder Affe seinen Baum auf. Sie ziehen die Flucht dem Angriff vor. In größter Not nutzen sie die kräftigen Spitzeneckzähne zur Verteidigung. In Trupps, die aus mehreren Weibchen, deren Nachwuchs und einem Männchen das Wache hält, bestehen, ziehen die Affen durch ihre großen Reviere. Die einzelnen Gruppen gehen sich aus dem Weg. Bei Begegnungen können die Weibchen recht aggressiv reagieren.